Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 30. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1372. Heute mit den folgenden Themen. Sonos Motors, Meta, Ikea, Samsung, Slow Horses, Sun Männchen, Apple Card, Own Cloud, Fitbit und Nextcloud. Ja, es geht heute ein bisschen cloudig daher, denn aus den Wolken kommt es zurück irgendwie. So, dieses Sonos Motors, ich bin nicht sicher, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ja dieses Auto mit den Solarprojektoren obendrauf. Das habe ich relativ zeitnah am Beginn schon kennenlernen dürfen. Durfte es sogar in Bern mal Test fahren, habe dazu ein Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch das Video noch verlinken in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Ja, um was geht es da genau? Die sind ja bankrott gegangen, insolvent. Und ja, da jetzt ist doch noch jemand gekommen und hat Geld reingeschmissen. Eine amerikanische Firma, die auf den kryptischen Namen Ja2PNLTD hört oder Yorkville. Ja, was wollen die? Ja, die wollen eigentlich gar nicht das Auto rausbringen, denn die sind interessiert an der anderen Technologie, die Sonos Motors auch noch hat. Nämlich Solarpanel für Lastwagen, für Busse, für Kamion und andere grössere Gefährte. Das soll man bis im Jahre 2025 vorantreiben und dann rausbringen. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob dieses Mal was draus wird. Und noch mehr bin ich gespannt, ob diejenigen, die da Geld reingeschmissen haben, das waren ja viele Kleinsparer, die da ihr Geld reingebracht haben, irgendwann mal doch noch ein Batzen Geld sehen werden. Da gibt es Neuigkeiten zu Meta und das, was sie immer schon abgestritten haben, aber immer wieder mal an die Öffentlichkeit gegangen ist, somit Spekulation, ist jetzt aufgrund des Gerichtsverfahrens in den USA, wo 33 Bundesstaaten gegen die Meta klagen, ans Tageslicht gekommen. Meta hat Daten von unter 13-Jährigen gezielt ausgewertet und das Ganze natürlich dann auch verwertet für Werbung und andere unschöne Dinge. Pfui, 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 wir wussten schon immer, Zuckerberg, du bist kein netter Mensch. Irgendwie, ja. Meta hat aber auch noch ein anderes Problem. Das Abo, was ich aktuell teste, wo man sein Facebook-Kurs, also werbefrei bekommt, da, ja, das ist nicht so das, was man möchte. Zumindest denken das ein paar Österreicher. Die Vereinigung Noib, wie man es dann auch immer aussprechen mag, klagt jetzt nämlich gegen Meta mit dem Hintergrund, dass das eben nicht das ist, was wir suchen. Entweder gibt man Geld oder nicht. Der Hintergrund ist ein arbeitsloser Österreicher, der sagt, er müsse sich entscheiden, ob er seine Miete bezahlt oder bei Facebook bezahlt, damit er, ja, seine Privatsphäre hat. Und hat das Erfolg, dann kommen andere Dienste auch und irgendwann mal bezahlt er so viel Geld wie für die Miete, nur damit er Datenschutz haben kann. Ich hätte da ein einfacher Tipp, löscht doch einfach Facebook. Das sollte man eigentlich tun, wäre man konsequent und müsste es nicht für die Arbeit gebrauchen oder sowas. Dann habe ich euch einen Link zu meinem Video zu den Google Pixels Pro, Pixel Buds Pro, so rum, die Kopfhörer. Nach knapp zwei Monaten im Test habe ich da mal ein bisschen was zusammengetragen. Und ihr könnt es euch anschauen, wenn ihr möchtet. Auch anschauen könnt ihr euch die neuen Sensoren. IKEA hat nämlich drei neue Sensoren vorgestellt. Zum einen ist das ein Bewegungssensor, der mit mehreren Lichtquellen gleichzeitig konnektiert werden kann. Zehn an der Stuck sind es. Es gibt einen Tür- und Fenstersensor, der genau das tut, was man denkt, nämlich Türen und Fenster detektieren. Und es gibt einen Leckage-Sensor, wie man den auch immer aussprechen mag. Es ist ein Wassersensor, der merkt, wenn es leckt, also wenn irgendwo Wasser austritt. Dinge, die man im Smart Home sicherlich kennt, verknüpfbar mit dem Dirigerer Smart Hub von IKEA und somit sicherlich auch Matter-kompatibel. Spannende neue Gadgets, die Acara-Konkurrenz machen, denn preislich setzen die auch sehr, sehr tief an. Sogar noch tiefer als Acara. 9,99 Euro wird jeweils fällig pro dieser ganzen Sensoren. Ausser der Leck-Sensor, der ist noch nicht bekannt, wie teuer der kommen wird. Im Jahre, mein Gott, 15, 16, irgendwann hat Samsung Harman Kardon aufgekauft. Als eigenständige Firma, bis und mit heute weiterbetrieben, setzt natürlich auf deren Ihre Audio-Wissen bei eigenen Produkten. Und jetzt geht man auf weiteren Einkauf im Bereich des Streamings, im Bereich der Audio-Software oder Plattformen. Rune will man sich jetzt neu kaufen. Genau gesagt, kauft Harman Kardon. Die möchten Sie vergrössern, verbreiten und besser aufstellen. Was ist jetzt dieses Rune? Ja, da darf man mich jetzt nicht böse nehmen, wenn ich das zu stark vereinfache. Aber ganz einfach gesagt, ist eine Plattform, eine Software, die es ermöglicht, mehrere Audio-Quellen auf eines wiederzugeben. Oder von verschiedenen Audio-Quellen auf verschiedene Geräte zu wiedergeben. Plattform-übergreifend nutzen viele Systeme von Denon, von irgendwelchen anderen Herstellern. Ach, wen hatten wir dann noch? Bowers & Wilkins etc. Setzen auch auf deren ihre Möglichkeiten. Und somit soll das auch weiterhin bestehen bleiben als eigenständige Firma. Aber gleichzeitig soll das Ganze sich integrieren in Harman Kardon Produkte. Dann geht's weiter mit Slow Horses. Ich freue mich, seit gestern ist es da, die dritte Staffel. Die ersten zwei Episoden sind draussen. Ich muss mich nur bis Ende Jahr gedulden. Und dann kann ich das alles in einem Rutsch durchbinchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ist eine Serie auf Apple TV+. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt damit anfangen. Dann dürfte er gegen Ende Jahr so weit sein, dass er dann die dritte Staffel sich reinpfeifen kann. Ich finde das eine sehr, sehr tolle und gute Serie. Und auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder den Adventskalender, den digitalen vom Sandmännchen. Darin sind verschiedene Spiele und andere Geschichten involviert, wo wird dann die Jugendlichen und Junggebliebenen, die die App nutzen und eben da die Türchen öffnen, sich auch ein bisschen was als Goodie rausbekommen. Wer es mag, Link wie immer zu dem Ganzen in den Shownotes mit drin. Gibt's, soviel es mir ist, nur auf der Apple-Seite. Hoffentlich aber auch für Android. Lass es mich wissen, wenn ihr es da auch gefunden habt. Und dann gibt's Neuigkeiten. Genauer gesagt nicht Verifizierte, sondern ein vom Wall Street Journal. Die berichten nämlich, dass Apple anscheinend die Zusammenarbeit mit der Bank, nämlich Goldman Sachs, einstellen wird. Und das zwar in den nächsten 12 bis 15 Monaten soll es soweit sein. Wieso das Ganze? Ja, man hört schon länger, dass Goldman Sachs unter anderem nicht ganz so happy damit ist, weil einfach zu viel des Aufwandes. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Noch mehr bin gespannt, bin ich aber, wer der nächste Partner sein wird, mit dem Apple hierfür kooperiert, um das Ganze für seine Kunden weiter anzubieten. Und ja, mal schauen, vielleicht kommt es ja irgendwann mal doch auch noch zu uns rüber. Wer weiss, wer weiss. OwnCloud, die beliebte Möglichkeit, seine eigene Cloud auf einem Raspberry oder auf einem Web-Server, wo auch immer zu machen, die haben aktuell eine gravierende Schwachstelle in ihrem System. Vor allem gefährdet sollen OwnCloud-Server in Deutschland sein. Ja, da bitte nachschauen, solltet ihr so auch einen betreiben, ob ihr davon betroffen seid. Laut OwnCloud selber hat es für die App selber, aber auch die Grafapia-App, das ist eben ein kleiner Bestandteil vom Ganzen, oder den man dazu buchen kann oder dazu pflegen kann. Ich finde das richtige Wort gerade nicht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wo eben die Sicherheitsschwachstelle mit drin ist. Und somit sollte man alles zumindest auf den neuesten Stand bringen. Und dann geht es noch weiter mit Fitbit. Die haben etwas zurückgebracht, was sie vorher den Nutzenden genommen haben, nämlich die Möglichkeit, den Akkustand des eigenen Gadgets zu sehen. Das haben sie einfach so klangheimlich mit dem vorletzten Update rausgenommen. Und jetzt, nachdem die Nutzerschaft draussen ziemlich gemotzt hat, kommt es wieder zurück. Was für eine Freude, würde ich doch mal behaupten. Und dann haben wir zu guter Letzt noch auch mal was aus der Cloud, nämlich Nextcloud. Auch die sind auf Einkaufstour gegangen. Die haben sich Roundcube gekauft. Roundcube ist so ein, wie kann ich das beschreiben, ein IMAP-Open-Source-Client für im Web. Also, ja, wer schon immer mal einen eigenen Web-Server hat machen wollen, nein, E-Mail-Server hat machen wollen, der ist mit Roundcube oder war mit Roundcube immer sehr gut beraten gewesen. Open-Source-Software und relativ einfach in der Nutzung. Und die hat jetzt eben, wie gesagt, OnCloud aufgekauft. Das Ziel dahinter soll zumindest aktuell noch nicht sein, dass sie ihr Nextcloud-E-Mail-Client mit eben Roundcube zusammensetzen. Beides soll noch nebeneinander bestehen bleiben. Es geht darum, das Ganze auszubauen. Nextclouds erste Auftrag wird sein, Entwicklende zu suchen, die an Roundcube weiterarbeiten, so, dass beide Softwaren auf einem guten Stand sind und sich gegen grosse Technologieunternehmen behaupten können. Ich freue mich da schon, wenn das zusammenwächst und da ein besseres Produkt entsteht. Selber nutze ich nämlich Nextcloud sehr, sehr intensiv und deshalb würde ich mich doch freuen, auch wenn da noch eine Mail-Zusatz obendrauf mitkommen würde. Ja, das war es dann jetzt mit meinen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und wenn ihr mögt, bis bald schon wieder, sobald es wieder geht. In diesem Sinne, bis dann, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.